die besten elotrix-momente im monat februar elotrix sehr sympathisches kerlchen da sehe ich mich elotrix besser februar ja gut wir haben jetzt halt mitte märz aber da kriegst du müssen ja nicht mal öfters angucken alle bei carsten gehe ich so gerne rein und schaue die top clips an junge der es ist so nice man ich liebte es einfach ich liebte es ich hoffe euch geht's gut aktuell wieder bei ehrenbruder level up und die digital camo nuclear auch sehr zu empfehlen falls ihr halt die vier dosen voll machen wollten auch die aktuell mit der gutschein zebras giraffen füttern den elefanten den rüssel beruhigt dark souls genau das meinte ich ich hab da ich das game spielen ja paar leute ich kenne ein paar leute die das game zocken ich habe mir solche games auch nie gezockt ich finde es so wild irgendwie ob mir das gefallen würde ich weiß es nicht wie ist der gameboy der zwei monitore hat unten und oben kannst du ja heutzutage ds alles mit den ganzen kabeln und so könntest du alles streamen genau gameboy ds kann es auch sein dass das carsten auch psp war auch bild hat gerade geschrieben war es mal nicht aber psp auch wilde zeiten ich wollte eine haben meine eltern haben aber nicht gegönnt was aber jetzt im nachhinein nicht schlimm war aber ein homie von mir hatte die psp die fand ich sehr fresh kann es auch sein dass auch carsten öfters mal so late night sessions schiebt neulich bin ich mal um drei uhr oder so auf twitch weil ich was gesucht habe zum einschlafen ja carsten noch live gewesen auf wild aber carsten pet meint ich ein um drei uhr nachts da kann sein dass die dass der todes rage einen erwartet um vier uhr morgens max ist das gerade so unangenehm ihr wisst das so unangenehm ihr wisst das so unangenehm ey weißt du was guck mal Max ließ immer bei sich die tür ab rief was das weißt du ja der hat sowas er tut jetzt so als würde er er tut jetzt so als würde er weiter arbeiten er fehlt so 1 2 1 2 sonntag 20 uhr was ist das eigentlich für arbeitszeiten digga alter ey geil man aber muss schon sagen ey das leben was monte um sich herum hat ist schon crazy ne wenn die jetzt sagen 20 uhr sonntags putzt da einer dein aquarium hä was wo gibt es sowas digga aber auch nice wie halt max da sitzt und gar nicht weiß was er machen soll ne ist ja alles so auch gewohnheitssache du kannst drei jahre streamen wenn äh sachen neu für dich sind dass du auf einmal da unten in der zentrale in der neuen alleine da sitzt dann weißt du halt auch nicht was du jetzt erstmal im moment anfangen sollst ne so wie ich würde sagen das mittlerweile mit meinem bart und so das steht mir auch mehr und da findest du mich damals mit den kröchterhaaren besser aussehend als jetzt ich finde dich jetzt ziemlich fresh muss ich sagen du hast dich gemacht digga wenn ich mir überleg digga mit was für einem aussehen du hast ne hübscher mann kann man nicht sagen damals die weile alle weggeflankt hast habe ich echt an den frauen gezweifelt ja bruder mal herr digga der ist so alter du sagst aus wie der hartz vier ziekenherd der aus der niederwöchsten der gelegentlich mal sein ding bei den kühlen reinhängt du hast so einen mund alter so schlimm war es eigentlich sauer deine haare konnten sie nicht entscheiden in welche richtung sie ihn gezeigt haben also haben sie einfach in alle richtungen gezeigt nein so ein gespammel digga soll ich auch in seine ehrenvolle und liebensvolle mutter ich muss sagen es war ein ruhiger monat oder kann es sein es war ein ruhiger monat der februar ich meine wir sind bei drei minuten wir haben ein mini rage ich sage wirklich mini rage weil das für carsten mini rage gewesen muss wirklich ein sehr ruhiger monat gewesen sein und chris äh kaiser und chris ich will chris und sark sagen ich sage einfach zwei mal chris im ersten tag oh mein gott oh mein gott digga genga holo ich kannte das gar nicht das artwork sieht auch ein bisschen sieht schon nice aus aber ist es mit knete gemachtes genga ein heftiges pokémon ich weiß noch pokémon go zeiten ich habe es gesuchtet dann war ich bei meinen eltern und aus dem nichts hat mir weil ich noch mal auf krampf reingucken wollte um 6 uhr 30 nachdem ich durchgemacht habe und pokémon go gezockt habe wollte ich noch mal auf krampf gucken ob da irgendwas ist und dann war auf dann war eine nähe in genga und ich konnte es nicht fangen digga ich bin durchs feld gerannt wie ein idiot man meine schuhe danach total schaden ich habe den ich bin pisser nicht gefunden halter pokémon go aber geil wahrscheinlich knete jm es gibt artworks die sind aus knete gemacht die letzte heißt auf tic tac sophia könntest du dir vorstellen auf youtube oder facebook zu streamen meine officer ich habe nichts geraucht ich war schwimmen das ist chlor in meinen augen ich bin ich bin ich kann die ganze zeit reinschreiben sie tun so als wären die irgendwelche sechs geilen e-girls das sind eigentlich sechs bots nur noch krasser die tun einfach so als ob die die ganze zeit digga es ist real talk so nervig auf instagram unter beiträgen auf youtube unter beiträgen digga was soll das was soll das immer diese bots ja kommentieren was bringt es den es nervt so hart digga wenn im nervt mit f geschrieben auch wirklich okay und seit zwei jahren ja es ist so komisch ein homie hat seine instagram anfragen gezeigt digga wie vielen wie gruppen der eingeladen wird random das ist so woher kommt es warum machen das manche menschen wollen die abfacken verdienen damit geld ich check es nicht machen die damit geld machen die selbst damit geld wie denn wie machen die wie machen die damit geld glaubt ihr dass irgendein 14 jähriger sich verirrt auf eine seite und an 100 euro von seiner kreditkarte von der von seiner von den eltern an 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 die bots überweist wegen grund ich check es nicht oh mein gott digga es ist wirklich so und ich hab dir ist das unglaublich posten es in irgendwelche news aus dem internet und dann verkaufen die immer an irgendwelche horny leute wie beispielsweise neuse die der ist damals in die trap gelaufen und karsten mit der dreiviertelhose das ist doch keine dreiviertelhose die geht voll die geht voll klar man spiel mir bitte spiel mir bitte den mikrofon ab muss man auch sagen die uhr die ich weiß es interessiert jetzt wenige aber die omega speedmaster bei cars muss ich auch sagen mashallah sieht sehr schön aus ich bin zwar nicht mehr als die aus dem die 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 Ich kann ihm ne Holo, komm. Es muss ne Holo sein. Oh mein Gott! Digga, Carsten! Alter! Carsten! Scheiße! Ich hab's dir gesagt, Carsten. Ich hab's dir gesagt. Lauf erstmal ein Jahr nicht mehr streamen. Einnahmen sind gedeckt, Capi. Let's go! Ihr seid die Besten! Ihr habt so gekannt! Ich liebe euch! Oh mein Gott, Digga! Juhu! Ich liebe euch alle! Oh, es ist übel laut, sehe ich jetzt auch gerade. Es ist way too dank. Holy shit, ihr wurdet ja übel angeschrien. Oh mein Gott! Ruhiger Monat! Ruhiger Monat bei Carsten gewesen. Was ist denn da passiert im Februar? Wenn ich jetzt auf Twitch gehe. Stop, stop! Bei 1.53. Du trinkst so normalerweise plus Wasser, Energy und Kopf. Nee, da hast du nicht. Okay, ich geh mal in die 30 Tage. 30 Tage, okay. Vor 10 Tagen, okay. Rage-Moment. Den kenn ich, den kenn ich. Mhm, dann gucken wir doch mal, was ungefähr uns in den Highlights im März erwartet. Oh, ah! 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 Hm? Hm? Sehe ich? Mm-hmm. März wird kurz... MAAAANNNNNNNN! Ich roll immer zu früh! Weil der Autist immer aus holt! So wie wenn ich seine Kackenmutter schlag, weil sie wieder schlecht geblasen hat. Davon distanzier ich mich. Wo bleibt das Essen, Dinger? Ich werd hier gleich wirklich zu... Ich werd hier gleich richtig sauer. Ich werd hier gleich richtig, richtig sauer. Bis zum nächsten Mal.